Heute will ich mir mal anschauen, wie sich Strom unter Wasser ausbreitet. Dazu habe ich hier auf dieser Platine insgesamt 45 Leuchtdioden aufgelötet und habe vor, sie gleich in dieser Wasserschale hier zu versenken. Damit das Ganze gut leitet, habe ich etwas Salz hineingestreut und komme mit insgesamt 7 in Reihe geschalteten 9-Volt-Batterien auf einen Strom von 24,4 mA. Und wenn ich jetzt die Platine ins Wasser lege und das Licht ausmache, dann kannst du sehen, dass der Pfad zwischen den Elektronen hell erleuchtet ist und die Ränder dunkel bleiben. Der Strom, der sucht sich also auch unter Wasser den kürzesten Weg und wenn du nicht direkt zwischen zwei Potenzialunterschieden schwimmen gehst, dann solltest du trotz Strom im Wasser relativ sicher sein.